Was hat das Projekt mit mir gemacht? Also wir haben sehr viel diskutiert, auch sehr kontrovers diskutiert, und das hat mich vor allem dazu gebracht, meine eigene Meinung zu überdenken, auch mir sehr Gedanken darüber zu machen, wie es früher war, bis jetzt ist. Ich fand es einfach schön, mich mit so einem Teil der Geschichte auseinanderzusetzen, auf eine andere Art und Weise. Und vor allem fand ich auch spannend, mit Menschen dabei zusammenzuarbeiten, die auch Zeitzeugen und Zeitzäuginnen sind, weil das nicht mehr sehr bereichert. Wir haben auch mal einen ganz anderen Aspekt von der Zeit, mit der wir uns beschäftigt haben. Und was ich festgestellt habe, dass ich mich an viele, viele Dinge erinnern konnte, die ich eigentlich vergessen hatte. Also ich glaube, ich habe durch das Projekt einfach viel mehr über generell Sexualität nachgedacht. Wir haben sehr viel diskutiert über Geschlechterrollen und alles, was irgendwie mit Sexualität zu tun hat. Da habe ich auch gemerkt, dass Themen wie Homosexualität, Schwul, Lesbisch und so weiter, dass das heute positiv mittlerweile angekommen ist. Ja, ich bin wieder sehr in diese Zeit zurückgekehrt in meinem Kopf und habe das nochmal durchleben dürfen, verschiedene Sequenzen. Das war sehr bereichernd. Bis zum nächsten Mal.